Hier übrigens ein lustiger Kurs. Kann man so zu machen und so. Ja. Ja das ist glaube ich meine Insel oder? Ich habe jetzt glaube ich alles gezeigt soweit glaube ich. Ich glaube schon. Hier kann man noch rüber. Das hier ist eigentlich so ein Kirschblütenpfad. Im April glaube ich, ist jeder Baum hier rosa. Echt so der Kirschblütenpfad, ja. Hier unten halt ist es. Ja. Ja. Hier ist ein Meloniball. Doch vielleicht eine Kleinigkeit. So etwas witziges ist noch da hinten, wenn man hier so den Pfad langläuft. Aber mit dem Controller. Das ist krass. Ist eigentlich super unpräziser Kack eigentlich. Aber hey. Leuchtturm ne. Und da oben ist halt was geheimnisvolles. Leuchtestein. Und dann ist hier halt irgendein Schmarrn noch. Da ist eine kleine UFO-Invasion. So kleine Außerirdische sind hier noch. Und eine Schatzkiste. Ein bisserl ein kleiner Schmarrn. Ja. Auch jede Buschart die es gibt. Hier wachsen ja gerade die hier. Die Honigbüsche und so. Diese Pflanzen. Jede Buschart ist hier auch gepflanzt auf der Insel. Absolut jede. Und ist auch sortiert. Blüht halt zu jeder Jahreszeit an einer anderen Stelle. Was. So. Ja. Genau. Ist halt immer was blüht überall. Irgendwo. Das ist Lux dra. Ja. So ist meine Insel. So ist meine Insel. Hihi. So ist es. Hier kann man auch so hinter noch. Das sind so Kleinigkeiten. Da ist ein Gag-Aber versteckt. Ja. Äh. Da bin ich nicht mehr raus. Ich mag das Keks-Liko auch. Es ist eigentlich. Was. Alles was Lucky zeichnet ist. Das ist krass. Mag ich voll gerne auch. Hier kann man auch hier so durch. Aber pscht. Super geheimer Geheimgang. Hier kann man so hochklettern auch. So ein bisschen. Dann kann man da. Yoga machen. Oh ja. Hey Lisi. Hallöchen. Eine wunderschöne gute Nacht. Oder so. Ich mag das Sabba Flamara. So schaut's aus. Du hast mich erwischt. Warum ist das eigentlich kein Aquaner? Hm. Ich muss leider wieder verabschieden. Schönen Abend noch. Und schönen Geburtstag. Du noch 31. Dankeschön. Danke. Moin. Eine wunderschöne Nacht. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Echt. Schaut euch das an. Alter. Hier. Amara. Das ist so gut alles. Echt. Super süß. Ich wünsche, man könnte viel mehr hier. Äh. Speichern. Geht aber leider nicht. Super süß. Du hast Geburtstag? Ja. Ja. Habe ich. Habe ich jetzt. Ja. Seit einer halben Stunde. Genau. Ich mag all eure Erinnerungsdinge und Zeichnungen. Okay. Ja. Nun. Das hier ist vielleicht ein bisschen seltsam. Aber. Äh. Es sind alles voll süße, schöne Erinnerungen. Es ist voll toll. Mag alles. Trotzdem. So verrückt manche Sachen sind. Ich liebe sie alle. Ja. Dankeschön, Lissi. Dankeschön. Vielen Dank. Da liegen noch Sachen für euch. Ne Partyknaller, wer möchte und so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir können ja auch irgendwas Lustiges noch spulen. Wir können alle ins Café. Wollt ihr? Tjan Scheng? Was du Teufels. Genau. Geht der da jetzt echt rein? Der kleine Schlumpf. Krass. Huschke ist so süß. Wir können im Café einen Kaffee trinken gehen. Seid ihr da dabei? Das wäre doch süß eigentlich. Ach, ich liebe Animal Crossing. Immer. Immer noch. Und überhaupt immer. Lecker Kaffee. Ja, oder? Das wäre doch was. Hallo. Wie gesagt, Museum auch 100% voll. Komplett. Sogar endlich alle Gemälde. Meine Fresse. Ich lade euch auch alle ein. Hier. War Heilgeburtstag und so. Ich lade euch ein. Auch hier geht es mit der Kamera übrigens. Was halt super geil ist. Ja, weiter drehen kann man sie nicht. Aber auch hier. Liebe dieses Feature jetzt. So nice. Ja. Ich schaue mir da auch gerne mit der Ego-Perspektive auch gerne Insekten und Fische an. Das ist so cool. Gerade die Insekten. Wie so lustig hohen krabbeln. Meine Pfötchen tappen gegen den Tisch. Was? Was ist hier Süßes? Das ist ja wirklich so. Lucky? Kommst du nicht auch? Das müsste hier auch gehen. Das müsste eigentlich überall gehen. Oh yeah. Oh krass. Kann man hier... Warte mal. Kann ich so... Oh, das wäre ja super cool. Ein Foto. Geht das? Warte mal. Dann muss ich mir erstmal hier runterschmuggeln. Oh, wie geil ist das denn? Peter hat nur noch einen Lucky. Ich bin auf dem Weg. Hab mich verlaufen. Ach so. Nimm die Bushaltestelle. Am Flughafen. Und gehe dann nur den Weg entlang. Und ganz oben rechts. Einfach ganz oben rechts. Sogar ausgeschildert. Wenn du den Bus nimmst. Guck mal, wie süß da muss ich ein Foto machen. Guck mal, wie cool ist das denn bitte? Berühr genommen, bin in Welt 4.1 gelandet. Aber Lucky. Das ist die falsche Welt. Darf man auf deiner Insel schlummern? Äh, natürlich. Äh, schlimme Anschrift. Äh, schicke ich dir sofort. Pass mal auf. Klar. Voll. Ich weiß gar nicht, was da gerade aktuell ist. Auf der schlimmer Insel ist, glaube ich. Äh, Lucky wieder. Lucky. Äh, was ist denn da aktuell? Äh, April. Ist da gerade April noch? Wenn du Glück hast, ist die Insel noch als, als Fischblütenzeit gespeichert. Ähm. Meine schlummer Insel habe ich die nicht. Doch da. Enemy Crossing schlummer Anschrift. Here we go. Das da. Das wäre meine schlummer Anschrift, falls jemand schlummern möchte. Ja. Hallo, ist die Kamera an? Nee. Lucky. Du bist so ein Vogel einfach. Echt. Pflanz dich mal hin. Ich mache jetzt auch hier ein Foto. Ah, du kannst doch nicht, ah, du kannst nicht gucken, gell? Oh doch, ich kann dich herpfeifen. Geil. Nein. Warum denkst du denn jetzt aufzudenken, Lucky? Guck mal, wie schön. Jawä. Direkt Dark an, genießt sehr gut. Dann lad ich euch mal ein zu einem Kaffee. Vier Tassen Kaffee, das macht 800 Sterne. Wie möchtest du, möchtet ihr zahlen? Ja, getrennt halt auch, ne? So. Mhm, 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 mhm. Stellung kommt gleich. Ja. Es sah nämlich sehr interessant aus, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, ich, die ist wunderschön. Ich bin sehr stolz auf meine eigene Insel, muss ich schon sagen. Ich habe nicht mal 800. Auch gut, was würde dann passieren? Nein. Nein, leben mein Straßenkünstler's hart. Geht's nicht so gut, oder? Verstehe ich gar nicht. Du musst mir Aquanas malen. Oh, wie schön. Oh, vielen Dank. Ja. Ich habe Meilen bekommen. Achtet mal auf meine Meilenanzahl, die man jetzt auch sehr gut sieht, vor allem. Ich mache mal meine K-Mac. Ist schon zu wenig. Leben am Limit. Ja. Kann mir gar nichts leisten mit den Meilen. Ja, ups. Hm. Man kann, äh, k-Fa, aber endlich was Warmes. Ach so, hättest du dir noch was sagen müssen? Hätt dir was anderes Warmes geben können. Was? Äh, ja. Echt so. Ist ja kalt, ist ja Herbst auch. Was machen die beiden denn da wieder? Tolle Sachen. Was mach ich da? Oh. Es ist schon wieder so süß alles. Es ist doch hier. Oh Mann. Warum ist alles so süß? Äh, Blubber macht was? Hör mal auf an deinen Ohren rumzufummeln. Hihi. Was war das? Du kannst jetzt nicht müde sein. Du hast doch gerade einen Kaffee getrunken. Blubber hält sich die Ohren zu. Ach so, ist schon wieder schlimm hier alles. Verstehe. Ach so, Wischi. Viel Spaß im Werken. Yay. Oh Mann. Sollen wir mal ins Hotel gehen? Oder, weiß nicht. Geht ins Hotel. Keiner wird mehr scharf halten. Hört, eurer ewig nicht gesehen. Moin. Hi, wie geht's dir? Übrigens hier hinten, für die Schlummer an, äh, Leute, die schlummern möchten, empfehle ich hier hochzugehen. Hinternux laden ist Werkzeug, falls ihr benötigt, beim Schlummern dann. Das ist hier einzig für Schlummern. Aber hier ist auch eine kleine, äh, Resetti-Figur. Kleines Easter Egg und deswegen hier auch ein Gulli, ne, und so. Ja. So. Bim, 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 bim. Lucky. Was ist es wieder? Hallo, Dark? Was verkaufst du da Tolles? Verkäufst? Was gibt's hier feines? Ein Eis? Das nehm ich mal. Ich nehm eins. Dankeschön. Schoko-Soft-Eis. Yeah. Hey Lucky, willst du daran mal schlecken? Und an meinem Eis auch? Oh ja. Ja. Oh geil, so hab ich mein Eis am liebsten. Unglaublich. So weit, so gut. Das freut mich. Mir auch, doch. Ja, gerade, gerade jetzt. Alles ist so schön. Ich darf nicht in mein eigenes Hotel. Jetzt. Ja. Ach, wie cool. Das ist doch hier wieder los. Lucky. Lucky. Komm, wir gehen. Lucky hat doch bestimmt Glück. Oder? Lucky ist doch wieder so ein Lucky. Wenn du runterkommst. Dieses Zimmer, das nehm ich. Du nimmst die Lobby. Ach so. Die kostet extra. Hier. Lucky, zieh mal ein Stofftier oder so. Hier, das wird doch bestimmt krass wieder. Lucky wieder am Lucky sein. Frag nicht, warum keiner mit mir Mario Party spielt. Ah. Oh. 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 Krass, Lucky. Übrigens, hier hinten kann man auch wirklich spielen. Hier, an den Automaten kann man wirklich spielen. Äh, what the fuck? Äh, jetzt hab ich die scheiß Lampe da oben. Jetzt gehen wir da. Hier. Slot Machines. Die kann man wirklich. Die gehen. Man kann da auch echt gewinnen. Theoretisch. Gewinne, gewinne, gewinne. Lucky hat gewonnen. Das war so klar. Habt ihr gesehen? Jetzt Dark. Schön. Oh, wie cool. Hab's. Ist doch von lustig, oder? Oh ja, ich spiele hier ein bisschen. Ich boxe hier ein bisschen rum. Street Fighter. Oh yeah. Danke, Wulf. Erneut. Danke dir, Wulf. In dem Dank. Hab ich. Ist schon. Ist grad voll schön. Einfach. So schön mit euch. Billiard. Ich wünschte, man könnte spielen. Das macht. Ich glaube, er haut richtig rein im Dart. Crazy. Oh, warte, 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 warte. Ich mach mal so. So. Das ist ein Luigi's Mansion Pinball, ne? Kann mal jemand den anhauen? Dann sieht man die Kugel rumflipseln. Hallo, Lucky. Ich drehe mich immer auf einmal, Lucky. Einfach so ein Gesicht so. Geil. Haben wir so einen Pinball an? Yeah. Oh yeah. Krass. Krass, Lucky. Krass. Oh. Oh, das ist so cool einfach. Ich lieb's. Klar, ein bisschen eng hier. zu 5000. Aber, hey. Schon lustig. Hey. Sieht cool aus. Ist gut geworden. Soll ich euch was kochen eigentlich? Komm, ich koch was. Ich mach, mach, warte mal, warte mal. Äh, genau. Ich nehm jetzt kurz, ich geh mal hoch ins Restaurant. Oberstes Stocki. Und ich hol Zutaten. Und dann lese ich euch die Speisekarte vor. Und dann mach ich euch was Geiles zu essen. Ey, was geht? Ich mach mal, brauchst du nicht. Ich möchte das jetzt einmal. Aber kurz. Ich will jetzt kochen. Weil das jetzt cool ist. Nimm mal Tomaten mit. Und Schweizen. Alles. Karotten. Oh ja, vielleicht auch was mit Kürbis. Wo ist denn Mehl und so ein Scheiß? Davon hab ich nicht mehr viel. Wow. Das ist ja toll. Schauen wir mal, was rauskommt. Ein Käsesandwich. Gibt's, glaub ich. Oh ja. Hallo. Hallo. Wo hat sich ein Lucky versteckt? Was habt ihr feines? Rahmen und ein Sandwich. So. Also ich geh jetzt mal hinter die Theke. Dann könnt ihr hier bestellen. Haben wir uns, äh... Ah ja. Ja, kenn ich irgendwo her. Hallo, was darf's sein? Hallo, hallo. Äh, hallo. Ja, also ich, äh... Und meine, unsere Speisekarte folgendes. Moment, heute gibt's folgendes. Dark dreht durch. Dreht einfach durch. So, wir haben, äh... Wir haben heute... Äh, Hersteller. Here we go. Wir haben Mehl. Nein, schau mal. Wir haben Karottensuppen. Backkartoffeln. Pommes. Karottensalat. Minestrone. Kartoffelsuppe. Kartoffelpfannkuchen. Äh, Gemüsequiche. Gemüsesandwich. Tomatenbagel. Kürbisbagel. Partybrot. Tomate... Ach, 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 ach. Kürbissuppe. Ja, die Kürbisgerichte. Saisonal. Sehr lecker gerade hier. Äh, Gemüsekrepp. Ja, oder Gnottchies. Oder Curry mit jeweils verschiedenen Geschmacksis. oder auch klassisch eine Pizza Margarita. Sonst haben wir noch Plätzchen und Zuckergussbrezeln, falls ihr nur einen Snack wollt oder einen Kaffee-Taubenschlag-Keks. Kekse haben wir auch, Cupcakes haben wir, Karottenkuchen, Crepe, Getränke. Haben wir nur Karottensaft und Tomatensaft derzeit, leider. Pfannkuchen haben wir auch, Kraton. Ja. Ich hätte gerne die Tomate ja, Lucky, bekommen Tomate fixe. Auf geht's. Sag möchte Tomatencurry, alles klar. Einmal Tomatencurry. Tomate. Lucky. Und Tomatencurry. Dreh durch. Aha. Tomatoscurry. Alles klar. Lucky hat sich dadurch gezwängt, der alte Hengst. Und, ähm, Blubberbläsen habe ich einfach mal komplett überlesen. Das ist sehr, sehr schön. Dankeschön. Backkartoffeln, weil Kartoffelprinzessin nicht da sein kann. Okay. Entschuldigung, die Kartoffelprinzessin einmal. Wo habe ich die denn? Backkartrotten. Äh, Backkartoffeln, alles klar, auf geht's. Äh, könntest du noch mal sagen, was meine Bestellung hat? Tomatencurry. Ja. Fertig. Ja. Das, ähm, ist ja zu mitnehmen. Darum kriegt ihr das, äh, draußen. Man kann ja hier nichts droppen. Aha, ah ja, danke dir. Klar. Das, äh, ja. Tomatencurry. Sehr schön. Lucky ist wieder am rumdänzen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Aufenthalt hier in unserem Diner. Wiederschauen, reingehauen. Jetzt muss ich mir genauer anschauen, was Lucky da macht. Mit der Musik einfach, ey. Wahnsinn. Warte mal, ich muss mal hier einen geilen Schwenker machen. Ja. Sehr gut. Dreh durch. Ich mag ja echt immer noch die Super Mario Bros. Oh, da hinten, ne? Und mein Lucario am Kühlschrank. Ach, schön. Ich nenne es den Side Dance. Ach so. Side Dance. Den finde ich gut. Ja. Ich mag das auch. An dem Side Dance mag ich sehr gerne, dass du die Genitalien an meiner Bar reibst. So, wir haben alle Tomatokal, Alicant, Arslu, Kalino für Lucky. Und Dark ist Tomatos Curry. Einmal Tomaten Curry. Tadah. Lucky steht auf mein Essen. Ja. Blöhrchen, hier für dich. Deine Backkartoffeln. Hier ist nicht genügend Platz. Ja, wie jetzt? Das ist ja. Jetzt wird das Essen auf die Straße geschmissen. Das ist so gar nicht. Ey, du hast keine Ahnung. Wir haben uns gelandet. Prunkwaschtisch. Ja, nee. Das Essen lag mir wie ein Stein. Oh mein Gott. Oh mein. Der war gut, Lucky. Doch. Oh, das sieht super aus, das Essen, gell? Schwupp. Oha. Voll super. Aber köstliche Sachen. Lucky einfach mit einem Fisch. Oh Mann. Warum? Warum? Oh Scheiße. Ich dreh hier am Rad. Oh, Lucky. Der alte Zauselkopf. Ey, Wahnsinn. Irgendwas an der Sache ist doch Fisch. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas stinkt hier. Oh ja, ich hab auch ein Kürbiskörbchen. Warte mal. Ja. Ja. Oh Mann. Oh, was wir machen können. Habt ihr Bock? So ein kleines Turnierchen? Angel-Turnier? Gewinner kriegt... Shop-Münzen? Was haben wir hier? 500 Shop-Münzen. Keine Ahnung. Das Timing war aber auch perfekt. Vollgas. Es war so lustig. Ich muss nur meine Stoppuhr gerade mal kurz rausholen. Hm. 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 Habt ihr Lust? Angel-Turnierchen? Habt ihr da Bock? Habt ihr da Böcke drauf? Hä, what the fuck? Hab ich die? Wo ist denn die? Das müsste doch eigentlich was? Bin ich Schlumpf? Der Angeln-Rage-Modus wird kommen. Äh, unbedingt! Hä, ist doch deine Lieblingsbeschäftigung in Animal Crossing. Hab ich. Wo ist meine Scheiß-Stoppuhr eigentlich? Hab ich... Wie? Was ist denn hier los hier? Achso, die ist so komisch ganz woanders sortiert. Eben. Super merkwürdig. Ja, Insekten ist glaube ich gerade ein bisschen schwierig in der Nacht, weißt du? Was, was, äh, bekomme ich eine Angel von dir? Ja, klar. Hab ich lustigerweise noch ein paar. Ja, ich weiß nicht. Ist ein bisschen, echt, ist doch ein bisschen schwierig jetzt gerade mit, äh... Hier. Braucht noch wer eine Angel? Ich hab hier ein paar noch. Lustigerweise. Insekten wäre jetzt ein bisschen... Ich glaube, das Insekten ist hier. Sorry. Also wer mitmachen möchte, warte mal ablegen. Hier eine Angel. Für Lucky zumindest. Wer braucht noch Angel? Jetzt glaube ich, ich mache alle Fische platt. Auch dein Lucky. Was? Was für mein Lucky. Vor allem wenn das Makrelenessen vom Freund wie Steine im Magen sich anfühlen. Was passiert hier eigentlich alles? Dann gehen wir, ähm, Start ist Rathausplatz. Perfekt, Dark, hey, was... Alter, Dark weiß Bescheid, ist ja der Vase hier. Der ist ja schon platt. Äh, ja. Und ne Blubberchen macht mit, oder? Den Fisch von Lucky, du Schuh. Achso, den machst du auch gleich noch platt. Alles, alles. Oh ja, die Makrele hier. Weiß nicht. Da ist sie. Alles klar, Leute. Dann. Ja, die meisten Fische fängt in... 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 Zehn Minuten? Machen wir zehn? Machen wir zehn. Fünf oder zehn? Was meinen dir? Fünf, zehn, fünf, zehn, zehn... Also 15 nicht. Zehn maximal. Fünf? Sag mein fünf. Was habt ihr so Bock? Fünf? Können wir auch machen. Uhuhuhu. Fünf. Okay, machen wir fünf Minuten. Alles klar, dann. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's! Oh ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ich liebe das mit dem Countdown, echt. Ah, da ist ja schon was. Da ist ja schon ein großer Bröckli. Oh, ich hab lang nicht mehr geangelt. Weil wozu? Ich hab ja auch schon alle... Klar, direkt mal ein Stör reingeholt. Klar doch. Easy. Geil. Läuft.